Okay, so. Wir sammeln mal eure Ergebnisse. Zu was ist Mathematik? Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Ich streame gerade über Twitch. Das heißt, hier ist die Kamera. Das, was wir hier machen, ist alles zu sehen. Ihr seid nur aus dem Off zu hören. Deswegen wiederhole ich immer alles, was ihr sagt. Okay, ich rufe euch bei euren Pseudonymen auf und alle diejenigen, die draußen teilnehmen, weil sie heute nicht hier sein könnten oder sonst irgendwie Interesse haben, die können über den Chat sich beteiligen und auch Dinge einspeisen und dann schaue ich hier parallel in den Chat hinein. Okay? So, was ist Mathematik? Los geht's. Du hast kein Namensschild. Egal, okay, egal. Sag mal. Stopp, genau. Du fängst gleich mit den Emotionen an. Okay. Stress, Stolz, und sogar Wut. Stopp, Moment. Ich sammle immer so von verschiedenen Personen, okay? Also Stress, Stolz und Wut. Das sind natürlich gleich zwei negative Emotionen und eine sehr positive Emotion. Also Mathematik scheint Emotionen hervorzurufen im gesamten Emotionsspektrum von totaler Wut und Aggressivität und Angst bis hin zu Stolz, Freude. Oh, ich hab's geschafft. Spaß und so weiter. Genau. Ah, online schreibt Nervus Nullpointer. Stolz kann jeder Mathematiker bestätigen. Okay, Stolz. Also, dass man stolz ist, was geschafft zu haben. Online wird gerade noch Demut eingespeist. Demut? Okay, das ist natürlich ein großes Wort, oder? Dass man demütig ist gegenüber dem gesamten Gebäude der Mathematik und den Leistungen der Menschheit, die da drin stecken. Okay, gibt's weitere Aspekte? vielleicht auch mal Inhalte oder Prozesse? Heb mal kurz hoch. Onkel Iroh. Okay. Stopp. Genau. Machen wir die erst mal. Stochastrik. Stochastik. Was ist das nochmal? Ja? Hm? Wahrscheinlichkeiten. Genau, in der Stochastik geht es um Wahrscheinlichkeiten und es geht um Daten auch. Also Statistik steckt auch in der Stochastik drin. Die Auswertung von Daten. Das hängt natürlich eng zusammen auch mit Wahrscheinlichkeiten. Ja, wenn man ein Experiment macht beispielsweise, erhebt man Daten. Darüber kann man Häufigkeiten bestimmen. Und die theoretischen Häufigkeiten sind die Wahrscheinlichkeiten. Deswegen steckt in der Stochastik alles drin, was Daten und Zufall anbelangt. Okay? Daten und Zufall. Dann hattet ihr noch was genannt? Stopp. Arithmetik. Was ist denn das? Hm? Worum geht's in der Arithmetik? Hm? So ganz intuitiv. Das intuitive Verständnis von Arithmetik ist richtig. Was macht man in der Arithmetik? Harvey Specter. Rechnen. Okay. Mit was rechnet man denn da? Mit welchen Zahlen? Mit natürlichen Zahlen. Genau. Und also in der Arithmetik rechnet man mit, in erster Linie erstmal mit natürlichen Zahlen. Da geht es um die Grundrechenoperationen, Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen. Man kann vielleicht auch die ganzen Zahlen betrachten. Was sind nochmal die ganzen Zahlen? Okay, wir werden jetzt ein bisschen warm. Okay. Was sind die ganzen Zahlen? Your Amazingness. Zahlen ohne Komma. Okay. Also Beispiel. Sag mal eine. 5, 7, 25. Da sind wir aber noch in den natürlichen Zahlen. Wenn wir die ganzen Zahlen betrachten, kommen noch welche hinzu? Gespenst des Kommunismus. Die negativen Zahlen. Also minus 3, minus 5 und so weiter. Und wenn wir die ganzen Zahlen betrachten und die untersuchen, dann sind wir ganz schnell in der sogenannten Zahlentheorie. Ja. Ich schreibe die vielleicht mal hier drunter. Zahlentheorie. Da geht es auch um sowas wie Primzahlen zum Beispiel. Eigenschaften von Primzahlen. Eigenschaften von Zahlen, die mit Primzahlen zusammenhängen. Und damit werden wir uns auch beschäftigen. Wir werden zwei, drei Einheiten machen in diesem Semester zur Zahlentheorie. Und wir werden uns auch mit Daten und Zufall beschäftigen. So gegen Ende des Semesters. Online wird gerade kommentiert, die Namen sind ja der Hammer. Ihr habt euch super Namen ausgesucht. Okay. Weitere Aspekte. Herr Nilsson. Geometrie. Sehr schön. Geometrie ist sozusagen die Mutter der Mathematik. In der Antike hat man sich beschäftigt unter anderem mit geometrischen Fragen. Also jemand hat sein Land vermessen und da musste geschaut werden, ob der Nachbar vielleicht ein größeres oder ein kleineres Stück Land hat. Dann hat man sich damit beschäftigt, wie groß sind denn die Flächeninhalte, der Acker, die man da irgendwie bewirtschaftet. Und außerdem war man interessiert überhaupt am Weltall und zu schauen, genau wie entfernt sind denn andere Gestirne und so. Weiß jemand, was Geometrie heißt? Also übersetzt? Ja? Wunderschön. Genau. Vermessung der Welt. Vermessung der Erde. Geo kennen wir alle. Geographie. Geometrie. Da steckt auch Meter drin. Also Messen. Die Vermessung der Welt. Vermessung der Erde. Das ist sozusagen eine der Hauptmotivation gewesen, sich früher mit Mathematik zu beschäftigen. Und natürlich machen wir auch Geometrie in dieser Veranstaltung. Wir werden zwei, drei Einheiten machen zu geometrischen Themen. Okay. Weitere Aspekte. Was ist euch noch aufgefallen? Hoko? Analysis. Ja, das fällt einem als erstes ein, wenn man aus der Oberstufe kommt. Analysis. Worum geht es in der Analysis? Ja? Kurvendiskussion. Ja, genau. Was ist denn der Gegenstand der Analysis, wenn man Kurvendiskussion macht? Nanni? Funktionen. Genau. Grafen. Funktionsgrafen sind eine Darstellungsform von Funktionen. Genauso wie Funktionstherme oder Wertetabellen oder so. Genau. Also Funktionen sind Gegenstand der Analysis. Ich schreibe hier mal hin Funktionen. Keine Sorge, wir werden uns in dieser Veranstaltung nicht ein einziges Mal mit Analysis beschäftigen. Okay, wir machen hier keine Kurvendiskussion. Aber Funktionen sind natürlich wichtig. Ja, funktionale Zusammenhänge zu erkennen, auch das spielt in der Grundschule schon eine Rolle. Und auch damit werden wir uns befassen. Walter White. Walter White. Wir haben festgelegte Begriffe. Bei Sonstiges könnte man vielleicht auch bei Inhalte reinschreiben. Zähler, was hast du gesagt? Zähler, Nenner, Produkt, Quotient. Genau. Also Produkt, Quotient, das haben wir vielleicht hier schon in der Arithmetik. Festgelegte Begriffe. Festgelegte Begriffe. Man sagt dazu auch Konzepte. Ja, es gibt mathematische Konzepte, Begriffe, die jetzt nicht nur die einzelnen Wörter sind, sondern insbesondere auch die Bedeutung betreffen der Wörter. Ja. Und es geht natürlich darum, im Unterricht, dass Schülerinnen und Schüler lernen, mathematische Konzepte zu verstehen, zu begreifen, anzuwenden und so weiter. Quotientprodukt. Du hast noch Nenner und Zähler genannt. Die zählen dann nicht zu den natürlichen Zahlen und nicht zu den ganzen Zahlen, sondern zu den Brüchen, genau, rationalen Zahlen. Gut. Weitere Aspekte. Ja. Ja. Die ganzen Grundrechenarten. Wenn wir Prozesse, versuchen wir mal in Verben auszudrücken. Was könnte ich hier hinschreiben? Subtrahieren, addieren und so weiter. Und als Überbegriff? Rechnen, genau. Ja. Also, das würde einem vielleicht einfallen in der Mathematik. Rechnet man, oder? Früher hieß ja Mathematik auch Rechnen in der Schule. Lesen und Rechnen. Lesen, Schreiben und Rechnen hat man früher gelernt. Heute würde man sagen, Rechnen ist nur ein Aspekt von vielen in der Mathematik. Ja. Es geht in der Mathematik nicht. Vornehmlich nur um Rechnen. Auch. Natürlich, Rechnen ist ein wichtiger Aspekt, aber es gibt noch viele weitere Prozesse, nämlich welche. Welche Prozesse sind euch noch eingefallen? Herr Nilsson. Nachfragen, Beweise. Beweisen. Genau. In der Mathematik führt man Beweise. Und zwar im strengsten Sinn. Was in der Mathematik bewiesen ist, ist bewiesen. Nicht so im Alltagsverständnis hat da jemand einen Beweis für und dann ist es vielleicht doch ein bisschen schwammig und man kann das so und so interpretieren und so weiter. Sondern mathematische Beweise sind hieb- und stichfest. Das heißt, wenn ein Mathematiker, eine Mathematikerin etwas behauptet, dann ist es auch an ihr oder ihm, das zu beweisen. Manchmal können MathematikerInnen das nicht machen, dann steht die Behauptung im Raum, aber dann gilt sie als unbewiesen, solange bis es niemand bewiesen hat. Bis es jemand bewiesen hat. Ja. Und solange muss man dann warten und dann machen sich alle möglichen MathematikerInnen dran, das zu versuchen zu beweisen. Und es gibt sehr viele, sehr berühmte Aussagen der Mathematik, die bis heute nicht bewiesen sind. Da sind teilweise auch große Summen ausgesetzt für diejenigen, die es schaffen, die zu beweisen. Und es gibt leider auch Aussagen, die sind nicht beweisbar. Damit kann man sich auch beschäftigen, eine Zeit lang. Aber so tief steigen wir in der Veranstaltung gar nicht ein hier, sondern ich verlange von euch auch in dieser Veranstaltung keine formalen Beweise. Wir wollen gar nicht so sehr hier in dem Kontext auf so streng formale Ebenen gehen, sondern wir werden oftmals anschaulich arbeiten, visuell mit Bildern und konkreten, eher konkreten Situationen. Und wir versuchen dann anhand dieser konkreten Situationen auch, man kann sagen, es gibt ikonische Beweise, also bildhafte Beweise, aber wir versuchen auch, vielleicht etwas abgeschwächter Begründungen zu finden. Gute Begründungen. Okay? Also beweisen und begründen schreibe ich mal hier hin. Und vielleicht würde man auch noch ergänzen wollen, argumentieren. Okay. Weitere Tätigkeiten der Mathematik. Was ist euch noch eingefallen? Deinen Namen kann ich nicht lesen, aber... Zeichnen. Okay. Sehr gut. Zeichnen. Zeichnen, da denkt man natürlich zuerst mal vielleicht an die Geometrie. Wenn man denkt, ja, da kann man geometrische Figuren zeichnen. Man würde vielleicht fachsprachlich nicht unbedingt Zeichnen sagen, dass man geometrische Figuren zeichnet, sondern was macht man? Coco? Skizzieren. Okay, ich schreibe mal Skizzieren auf. Habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber könnte man natürlich. Skizzieren ist eher mal so grob, so eine grobe Skizze gemacht. Wenn man es aber ganz exakt machen will, wenn man ganz exakte geometrische Figuren zeichnen möchte, wie nennt man das, Nanni? Darstellen, okay. Ja, Darstellung finden ist vielleicht noch ein bisschen allgemeiner. Es gibt noch andere Darstellungen außer bildhafte Darstellungen. Können wir gleich darüber reden, aber erst nochmal, wie nennt man das in der Geometrie? Ja, konstruieren, genau. In der Geometrie konstruiert man. Ich schreibe das auch nochmal hier hin. So, Darstellen ist ein bisschen allgemeiner. Also skizzieren, grafisch darstellen und so ist eine Art der Darstellung. Dann gibt es noch die Möglichkeit, etwas in einer Tabelle darzustellen beispielsweise oder etwas in einer Formel darzustellen. Also ist ein wichtiger Prozess in der Mathematik, geeignete Darstellungen zu finden, weil man... Ja, warum? Warum sucht man in der Mathematik geeignete Darstellungen? Geeignete Formeln oder Bilder, warum macht man das? Was ist das Ziel? Lili? Vielleicht um die Rechnung oder sich veranschaulichen oder vielleicht um die Rechnung zu veranschaulichen oder vielleicht um die Rechnung zu veranschaulichen. Ja, etwas zu veranschaulichen, in den Raum reinschauen, im Gedächtnis, genau. Also in der eigenen Vorstellungskraft sozusagen etwas zu skizzieren, um daran vielleicht etwas zu erkennen. Ja. Genau. Damit wir uns im Kopf, ich muss mal kurz sagen, damit wir uns im Kopf vorstellen können, was wir rechnen müssen, versucht man geeignete Darstellungen zu finden. Also wir denken in Bildern oftmals. Also viele denken, MathematikerInnen denken in Formeln. Das ist nicht der Fall. Oder oftmals nicht der Fall. MathematikerInnen haben oftmals räumlich visuelle Vorstellungen von den Sachverhalten, die sie dann in Formeln ausdrücken. Aber der Gegenstandsbereich wird oftmals räumlich visuell imaginiert. Ein anderer Aspekt ist der Darstellung, weil wir untereinander kommunizieren wollen. Ich möchte dir mitteilen, was ich mir überlegt habe. Und naja, dazu muss ich das, was ich mir gedacht habe, irgendwie darstellen. Das heißt, in der Mathematik spielt auch Kommunizieren eine große Rolle. Und deswegen würde ich vielleicht unter Sonstiges schreiben, Mathematik ist eine Sprache. Bietet eine Sprache oder sprachliche Mittel für Menschen, mathematische Sachverhalte auszudrücken. Oh, die EiskönigInnen hat online geschrieben, in Zahlen tanzt das Universum sein Lied. Geometrie webt Muster, die die Welt durchzieht. Mathematik, die Sprache der Natur so rein, enthüllt Geheimnisse, die im Sein verweilen fein. Boah. Mal bitte Applaus für die EiskönigInnen. Ja, GH0009JTR hat geschrieben zu Sonstiges vielleicht Glücksspiel. Okay, schreibt mal mal Glücksspiel hin. Glücksspiel ist die Motivation, sich mit Stochastik zu befassen. Also ich möchte mich mit Stochastik befassen, weil ich im Glücksspiel gewinnen will. Zumindest war das die Motivation von einigen, die sich damit befasst haben. Mathematik ist eine Sprache, habe ich jetzt gesagt, aber natürlich keine Sprachwissenschaft. Jetzt würde mich mal interessieren, was ist denn Mathematik eigentlich für eine Wissenschaft? Nehmen wir mal die beiden großen Wissenschaftskategorien. Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft. Was würdet ihr sagen? Weil alle, die Finger heben, die denken, Mathematik ist eine Naturwissenschaft. Bitte, Finger heben. Richtig hoch. Okay, ich würde sagen, die allermeisten im Hörsaal. Wer denkt, Mathematik ist eine Geisteswissenschaft? Ein paar wenige. Wer denkt, weder noch? Zwei. Okay, also zunächst mal, Mathematik ist keine Naturwissenschaft. Hä? Jahrelang habe ich geglaubt, Mathematik ist eine Naturwissenschaft. Und jetzt? Mein ganzes Weltbild bricht zusammen. Man kann relativ schnell feststellen, dass Mathematik keine Naturwissenschaft ist. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass es so Worte gibt wie mathematisch-naturwissenschaftlicher Fächerverbund. Wenn Mathematik eine Naturwissenschaft wäre, müsste man sie ja nicht extra erwähnen. Oder die MINT-Fächer, M-I-N-T, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Wäre Mathematik eine Naturwissenschaft, müsste man sie nicht extra erwähnen. Warum ist Mathematik keine Naturwissenschaft? Weil die Gegenstände der Mathematik nicht die Natur sind. Die Physik hat die Natur zum Gegenstand, nämlich die unbelebte Natur, könnte man sagen. Die Biologie hat die Natur zum Gegenstand, nämlich die belebte Natur. Die Mathematik hat nicht die Natur zum Gegenstand. Wer hat gesagt Geisteswissenschaft? Schneewittchen. Okay. Warum denkst du, Mathematik ist eine Geisteswissenschaft? Eigentlich, es sind mentale Prozesse, die gemacht werden. Genau, es sind mentale Prozesse, die gemacht werden. Das sagt auch Glaine 88, eher Geisteswissenschaft. Sehr schön. Weil sie im Geist stattfindet. Ja, hellblau. Der Typ in hellblau. Sie ist was Abstraktes. Okay, und Abstraktion finden in unserem Geist statt. Deswegen Geisteswissenschaft. Also eher Geisteswissenschaft. Wobei, Klammer auf, die Mathematik mittlerweile Methoden anwendet wie Naturwissenschaften. Also insbesondere in der Stochastik, wenn Experimente durchgeführt werden, dann könnte man schon manchmal denken, sie verhält sich so wie eine Naturwissenschaft. Aber sie ist eigentlich keine Naturwissenschaft. Geisteswissenschaft schon eher. Aber sie ist so ganz anders als alle anderen Geisteswissenschaften vielleicht. Deswegen denken manche Menschen weder noch. Reisende. Was würdest du sagen, ist Mathematik? Du würdest Mathematik, weil sie eher in höheren Sphären, in die philosophische Richtung geht, in den eigenen Kasten steckt. Genau. Und das machen auch viele. Die geben der Mathematik einen eigenen Kasten. Und zwar, Achtung, wichtig, Mathematik ist eine Strukturwissenschaft. Manche sagen auch Formalwissenschaft. Ich finde Strukturwissenschaft schöner. Deswegen schreibe ich hier hin, Strukturwissenschaft. Warum? Weil der Gegenstand der Mathematik Strukturen sind. Manche sagen auch Muster und Strukturen. Ja, die Mathematik untersucht Muster, untersucht Situationen, die irgendwie erstmal chaotisch und unstrukturiert erscheinen, um darin Muster zu erkennen, Strukturen zu erkennen, versuchen die zu beschreiben und zu begründen oder zu beweisen, dass man die Strukturen gefunden hat, die man behauptet gefunden zu haben. Genau das habt ihr in eurer Hausaufgabe gemacht. Smarte Quadrate. Seltsame Welt von irgendwelchen Quadraten, wo man erstmal keinen Überblick hat. Und ihr habt versucht, in dieser zunächst chaotisch erscheinenden Situation Strukturen zu finden, Muster zu finden, um beispielsweise zu begründen, dass es unendlich viele smarte Quadrate gibt. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Das heißt aber, letztendlich ist die Mathematik die Wissenschaft von den Muster und Strukturen. Schreibt mir hin, Muster und Strukturen. Es gibt in allen Teilgebieten der Mathematik Muster und Strukturen zu erkennen. Beispielsweise in der Arithmetik oder Zahlentheorie Zahlenfolgen. Wer sich schon mit den neuen Aufgaben der Mathebrücke beschäftigt hat, wird feststellen, da geht es darum, Muster in Zahlenfolgen zu erkennen. Wir werden uns auch die nächsten Sitzungen mit Mustern in Zahlenfolgen beschäftigen, um dann später Muster und Strukturen in der Geometrie zu finden und Strukturen in der Stochastik und in anderen Teilgebieten, die jetzt hier nicht stehen. Also es wird jetzt hier nicht vollständig sein, was wir entwickeln. Aber letzten Endes wird es darum gehen, Muster und Strukturen zu finden. Und das ist auch einer der Hauptaspekte für den Mathematikunterricht. Ihr werdet später als Lehrerinnen und Lehrer eure Schülerinnen und Schüler darin begleiten und unterstützen, Muster und Strukturen zu finden und die mathematisch zu beschreiben. Viele Aufgaben in der Grundschule drehen sich genau darum. Es geht also nicht in der Mathematik darum, irgendwelche Regeln auswendig zu lernen. Vielleicht habt ihr das im ein oder anderen Mathematikunterricht erfahren. Dann war das ein dober Mathematikunterricht. Es geht nicht darum, Regeln unverstanden anzuwenden, weil einer sagt, keine Ahnung, in der Analyse gilt hier die Quotientenregel oder so. Oder es gilt die Produktregel oder irgendwas. Und das ist die Regel, jetzt wende sie an. Und man wendet sie an, ohne zu verstehen, warum eigentlich. Darum geht es nicht. Es geht in der Mathematik darum, diese Strukturen zu erkennen, manchmal selbst zu finden, manchmal unter Anleitung zu finden, zu verstehen und dann vielleicht diese Struktur, die man verstanden hat, als die Regel zu formulieren und dann die Regel anzuwenden. Aber niemals unverstanden. Es geht immer darum, die Regeln zu verstehen. Und deswegen, das ist vielleicht abschließend zu dem Bereich jetzt, ist Mathematik auch demokratierelevant. Wir wollen keine Menschen in unserer Gesellschaft haben, die einfach Regeln stumpf befolgen. Weil irgendjemand ihnen sagt, das ist die Regel. Sondern wir wollen, dass wir Menschen in unserer Gesellschaft haben, die Regeln verstehen und verständnisbasiert anwenden, aber auch Regeln hinterfragen und gegebenenfalls sich auch wehren, wenn sie Regeln anwenden sollen, die keinen Sinn machen oder unsozial oder sonst irgendwas. Und Mathematik kann dazu einen Beitrag leisten. Mathematik kann den Beitrag leisten, etwas unbedingt verstehen zu wollen und die Regeln wirklich verstehen zu wollen. Okay. Jetzt wird online noch kommentiert, die Mindmap sieht aus wie ein Baumdiagramm. Ja, letzten Endes ist das tatsächlich auch ein Baumdiagramm. Es gibt eine Darstellung, die heißen Bäume. Nämlich kann man sagen, das hier ist eine Wurzel. Das hier der Mitte ist die Wurzel. Dann gehen hier Äste von weg, vier Äste. Von denen wiederum Äste weggehen und so weiter. Insofern ist diese Mindmap tatsächlich auch so was wie ein Baumdiagramm. Okay. Gibt es noch etwas, was wir unbedingt ergänzen müssen aus eurer Sicht? Was haben wir noch nicht gesagt? Liliane Susewind, bitte. Sehr schön, genau. Das haben wir definitiv vergessen bei den Prozessen. Das Messen. Das Messen ist die Verbindung, könnte man sagen, der Welt mit der Mathematik. Weil wir Objekte in der Welt Zahlen zuordnen. Nicht nur Zahlen, sondern Zahlen mit Einheiten, sogenannten Größen. Und es gibt verschiedene Größenbereiche, also Längen, Gewichte. Gibt es noch für Größenbereiche? Volumen, genau. Sehr schön. Zeit, aufgepasst. Da muss man ein bisschen präziser sein. Zeitspannen sind Größeneinheiten. Nicht Zeitpunkte. Warum? Zeitspannen kann man addieren, genauso wie Längen oder Volumina oder Flächeninhalte. 20 Minuten plus 30 Minuten sind 50 Minuten. Aber wir können keine Zeitpunkte addieren. 2 Uhr plus 5 Uhr ist, geht nicht. Okay, also Messen, da sind wir dann auch in der anwendungsbezogenen Mathematik. Also wir können ja auch sagen, hier vielleicht Mathematik hat jede Menge Anwendungen. Okay. Okay. inte. K